Moin! Heute möchte ich euch ein Brett von Starboard vorstellen und zwar den Freeride. Er hat mich beim Auspacken erstmal ein klein wenig durcheinander gebracht. An sich schon, als ich die Spezifikation gelesen habe. Er spielt von Starboard, die ja auch durchaus sehr innovative SUPs und nicht nur SUPs herstellen, in der Liga von Touring. Aber wenn man ihn sich anschaut von der Bugform, er ist nicht so hart gekeilt oder gekielt wie der normale Touring. Er ist relativ breit mit 32 Inch, mit 12,2 in der Länge. An sich auch nicht so das übliche 12,6 vielleicht ein bisschen drüber für ein Touring. Die einzige Möglichkeit festzustellen, was in dem Board war oder steckt, war es wirklich selber auszuprobieren. Weil wenn man zwei Bordformen mischt und es ist so irgendwo der klassische Allrounder, die etwas breitere Nase, aber nicht ganz breite Nase, die ist mehr an Breite und ein Touring von der Form her, kann man auch genauso gut daneben greifen und die schlechteren Eigenschaften eines jeden Bretts miteinander vereinen. Ich bin drauf gestiegen und war erst mal überrascht, weil der Bug, leicht angekielt, hat doch einen ziemlich guten Schnitt durch die Welle. Er sucht wirklich die Mischung, eine Welle zu durchteilen oder auch das Wasser zu durchteilen und über sie drüber zu gehen. Wenn man ihn dann in Fahrt gebracht hat, verwundert einen erst mal, dass es irgendwie unter dem Board ein klein wenig gluckst. Das liegt daran, dass Starboard fast über die gesamte Länge eine extreme Konkave nach unten bringt. Das sorgt dafür, dass dieses Brett trotz seiner Ausmaße mit der hohen Breite und dann mit einem Volumen von 263 Litern auskommt, weil in diesem mittleren Bereich das Brett erstaunlich dünn ist, an den Rails aber genügend Volumen hat, um ausreichend mehr als ausreichend Kippstabilität sicherzustellen. Kurzum, nachdem ich das Brett in Fahrt hatte, mit ihm gespielt habe, auch bei Wind und gegen die Windwellen gefahren bin, war ich sehr, sehr angenehm überrascht. Es geht wirklich sauber gegen die Windwellen. Es liegt dabei extrem stabil, erreicht eine sehr gute Geschwindigkeit und was mich gewundert hat, ist, dass es vom Gleit her fast an einen reinrassigen Touring mit sehr spitzen Bug und sehr starken, angekehlter Linie vorne herankommt. Was aber positiv dann war, und das zu dem Thema, es ist irgendwo eine Mischung zwischen Allround und Touring, ich würde sagen, mit einem kleinen bisschen mehr auf Touring, also 60% Touring, 40% Allround, ist, dass das Brett dadurch, dass es nach hinten relativ wenig Volumen hat, sofort darauf reagiert, wenn man einen Kickback-Turn macht, vorne sauber hochgeht, sehr schön dann um die Ecke geht. Die Koncave unterstützt im gerade Auslauf nochmal, weil es wie zwei zusätzliche Rails wirkt, die innen unter dem Brett liegen, wirklich den schönen gerade Auslauf, dass man wirklich nicht dauernd dabei ist, wie auf einem reinrassigen Allrounder. Reinrassiger Allrounder, ein Widerspruch in sich, aber wie auf einem echten Allround-Board, alle drei bis fünf Schläge die Paddelseite zu wechseln. Hier kann man wirklich sieben, acht Schläge auf einer Seite machen. Die Koncave und die beiden, ja, wie soll man das sagen, Schwimmträger, die rechts und links sind, unterstützen das noch. Ausstattungsmäßig ist dieses Board hervorragend. Es hat meiner Meinung nach Starboard mit die beste und angenehmste Griffmulde. Es hat Plugs für die Bungees. Warum die Bungees nicht dazugelegt werden, also die Gummiseile, weiß ich nicht, aber ich denke, der Fachhandel wird sie einfach mit euch dazugeben. Es hat ein sehr angenehmes Pad, das sauber in die Oberfläche eingelassen worden ist. Optisch ist er sehr zurückhaltend. Das Pad ist ein bisschen bunt, das Board in sich weiß. Es gibt es auch in Pintec nur für die Optik ein bisschen mehr zu zahlen und für ein ein paar Gramm weniger Gewicht, weiß ich nicht, ob das jetzt so die Sache ist. Etwas zu viele Herstellungsmethoden, nämlich ASAP, den gibt es aber nicht mehr am Markt, aber Starshot, Starlight, die Unterschiede sind marginal, macht es uns immer schwer auszusuchen, was denn letztinstanzlich gefragt sein wird. Wir haben uns wirklich für die Starshot-Variante entschieden. Sie ist relativ robust, sie ist ausreichend leicht. Ich mag, dass es weiß ist, weil ich kann das Brett einfach mal auch jetzt im Sommer am Strand liegen lassen, ohne sofort Angst haben zu müssen, dass es sich aufheizt oder delaminiert. Man sollte das natürlich nicht exzessiv machen und das Brett fünf Stunden in der prallen Sonne liegen lassen. Es hat kein Lüftungsventil, es ist also nicht nötig, weil die thermische Aufladung nicht so groß ist. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Board wirklich sehr interessant. Schauen wir uns noch mal kurz das Unterwasserschiff an. Wie schon sagte, der Schlüssel für das, was dieses Board kann, nämlich wirklich das ideale Brett zu sein für jemanden, der sagt, ich cruise, ich möchte auch mal im unruhigeren Wasser fahren, ich habe aber hauptsächlich ruhigeres Wasser und da soll das Brett einen schönen Gleit haben. Dieser Schlüssel liegt im Unterwasserschiff. Das ist an sich logisch, das Oberwasserschiff hat relativ wenig Kontakt und Einfluss darauf. Es beginnt vorne mit einem leicht angekalten Bug, der dann sofort in eine Vertiefung mündet, die in diese Konkave bis zum Heck läuft. Das Ergebnis ist, dass ich in dieser Konkave eine sehr gerade Unterwasserlinie habe. Eine gerade Unterwasserlinie heißt, das Brett taucht dort nicht sehr stark ein und das heißt, das Wasser muss dort nicht mehr verdrängt werden. Das gibt diesen schönen Gleit. Ich bin nicht immer ein Freund von komplizierten Formen, aber in dem Fall muss ich sagen, hat es funktioniert. Hier rechts und links läuft dann das Unterwasserschiff in einer ganz anderen Scoop-Rockerlinie. Hier ist es praktisch leicht durchgescoopt. Das hat den Vorteil, dass wenn man mal eine Windwelle hat, die man abreiten kann, die von hinten kommt, dass dieses Brett wirklich das auch mitmacht und nicht vorne sofort versucht einzuspitzeln. Die Konkave ebenfalls gibt Auftrieb, sobald das Brett versucht, vorne sich einzustechen und leitet das nach hinten. Diese Konkave sorgt dafür, wenn man so Windwellen so in diesem Bereich hat, also so fünf bis acht Zentimeter, zehn Zentimeter, dass dort auch Luft mit durchgeht und das ist dieses Glucksen, was ich gesagt habe. Am Anfang etwas irritierend, man denkt, was passiert hier, aber später an sich ein sehr schönes Geräusch, weil es ganz leise ist und man spürt das Wasser, man hört das Wasser dadurch. Diese Form sorgt auch dafür, dass dieser Bereich hier eben abgenommenes Volumen des Bretts ist und das fehlende Volumen. Und wir Deutschen haben im Moment aufgrund unserer Vorliebe für ISUPs immer die Eigenschaft oder die Vorliebe, zu viel Volumen zu fahren. Dabei macht weniger Volumen ein Brett eigentlich wirklich lebendiger. Und das ist hier in diesem Brett sauber vereint. Wunderbares Shape im Unterwasserschiff. So, und ein weiteres sehr schönes Ausstattungsdetail an diesem Brett ist, das hat aber Starboard bei fast allen Brettern, ich glaube, ich habe es nicht gesehen beim Allstar, ist, dass es im gesamten Bereich hier, wo das Paddel geführt wird, serienmäßig ein Rail Saver hat. Das ist sehr sinnvoll. Er savent nämlich nicht nur die Rails, die Kanten, nein, er schont auch an sich das Paddel. Man kann also, wegen der hohen Breite, muss man das Paddel sehr dicht an der Kante führen. Kratzer sind dadurch ausgeschlossen. Diese Rail Saver gibt es natürlich auch zum Nachrüsten, aber ich finde es sehr gut, dass Starboard diese schon von vornherein dabei legt. Für wen ist das Brett eigentlich jetzt gedacht? Das ist ja immer so die typische Frage. Für mich war sie am Anfang auch. Es ist ein Allrounder im besten Sinne. Ich habe immer gesagt, so der Allrounder von morgen, das ist an sich der Tourer oder der Allround-Tourer. Dieses Brett ist genau diese Spezifikation und wurde hier sauber umgesetzt. Er lädt zum Tricksen ein, er lädt zum Touren ein, er kommt mit unruhigem Wasser klar. Er ist natürlich in nichts wirklich 100% Spitze. Das muss man auch sagen. Aber diese fehlende Ausrichtung auf einen einzigen Punkt, das ist jetzt mit einem mega gerade Auslauf vorgesehener Tourer oder das ist einer, der wirklich schön dreht und der agil unter den Füßen ist, all das fehlt hier. Er ist in allem einfach gut. Er ist nicht sehr gut, aber seien wir ganz ehrlich, ein Zeugnis, auf dem überall eine 2 oder 2 Plus steht, ist verdammt nochmal kein schlechtes Zeugnis. Also wer ein Brett sucht, mit dem er alles irgendwo machen kann, im Urlaub auch nochmal ein bisschen auf dem Meer oder Flachwasser, Ausnahmen bitte nicht auf Wildwasser, aber damit man alles, was ein normaler Surfer irgendwo machen kann, auch mal kleinere Wellen abreiten und ich meine jetzt Windwellen oder so eine Mini-Brandung auf der Ostsee mit reinrutschen, mit diesem Brett ist das alles an sich möglich. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, man kann, wenn man zwei Boardformen mischt, auch erreichen, dass man das schlechteste von beiden rauskitzelt. Das ist da, wo ich hier definitiv nicht passiert. Dieses Brett kitzelt die guten Eigenschaften eines Tourings raus, mit den guten Eigenschaften und der Allgemeinverträglichkeit eines Allround-Boards. Ein wunderschönes Brett. Ich persönlich mag hier an der Stelle wirklich das Weiß. Es ist schlicht sachlich. Es passt zu diesem Brett. Vom Preis her ist es eindeutig im Mittelfeld der Hardboards angesiedelt, also durchaus erschwinglich. Wenn man bedenkt, ein Hardboard kann ohne Probleme 20 Jahre alt werden von der Verarbeitung Material. Es gibt nichts, was man hier nicht reparieren könnte, wenn mal ein Ding, also eine Beschädigung reinkommt. Da hilft ein Doktor-Ding und man ist zehn Minuten später wieder auf dem Wasser. So, das war der Starboard Freeride 12-2, 32 Inch breit, 263 Liter Volumen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Einsicht gebracht. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß auf dem Wasser. Das war der Starboard Freeride 12-2, 32 Inch breit, 264 Liter Volumen.